Hallo, hier ist Sandra aus dem Kanngummi Palma. Bevor es jetzt nach Deutschland geht auf unsere Feinkostmesse als Aussteller, möchte ich euch nochmal ganz kurz unser neues Produktsortiment vorstellen zu Weihnachten. Tolle Weihnachtsliköre, Winterliköre, Weihnachtsliköre mit Kirsche und Zimt, Pistazienliköre, Nuss Nougat, schmeckt wirklich ein bisschen wie Turon. Dann unsere tolle Weihnachtsmarmelade, die ist auch wie der Likör mit Kirsche und Zimt. Und noch ganz viele andere, Birne, Cognac, Schoko, Chili und so weiter. Natürlich tolle Servietten, ihr könnt schon zu Weihnachten euch eindecken. Meine liebe Tanja vertritt mich jetzt in der Woche und die freut sich bestimmt, auch wenn ihr mal vorbeikommt und vielleicht schon ein bisschen zu Weihnachten oder an Weihnachten denkt. Ich wünsche euch was, wir sehen uns dann nächste Woche wieder auf Mallorca. Ciao!